Ich werde einen Anschlag verheben. Ich werde ein Flugzeug angreifen. Was war die Todesursache? Frau Ministerin! Die Leute, die Passagiere in diesem Flugzeug. Ich will, dass sie sterben. Lassen Sie mich gefährden! Aufgrund eines Terroranschlags wurde Ihnen die Landerlaubnis verwehrt. Bis auf Weiteres ist es Ihnen nicht erlaubt, irgendwo zu landen. Ist es Ihnen nicht erlaubt, irgendwo zu landen? 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 Kannte sich anbieten. Bitte schneiden Sie sich an. Untertitelung des ZDF, 2020